Musik Die Zentrale des Spezialisten für modulare Raumlösungen Algeco in Kehl ist mit 15 Standorten in ganz Deutschland vertreten. Wir verstehen Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung nicht als separate Unternehmensziele, sondern als Kernbestandteil unserer Arbeitsphilosophie. Gerade in einem Unternehmen wie unserem, was bundesweit mit mehreren Standorten tätig ist, hat uns das Gütesiegelsicherheitssystem, der BGHW, schon sehr weitergeholfen. In der operativen Umsetzung bedarf es darüber hinaus tiefergehender Unterstützung für die einzelnen Standorte. Auf der Suche nach einem Auditsystem, mit dem alle Standorte einheitlich und strukturiert bewertet werden können, wurde in Teamarbeit das firmeninterne Maturity Score Audit entwickelt. Wir haben insgesamt sieben Hauptkategorien sowie eine Bonuskategorie. Jeder Kategorie sind Fragen zugeordnet. Je ausgeprägter der Reifegrad der Umsetzung, desto mehr Punkte gibt es pro Frage. Die Bonuskategorie, die wir entwickelt haben, nennt sich Innovation. Und durch diese Zusatzkategorie wollten wir jeden dazu bringen, nochmal nachzudenken, wo kann ich jetzt hier nochmal mit welcher Idee nochmal Extrapunkte erreichen. Und das ist auch richtig gut angekommen. Hierdurch haben wir viele Ideen gesammelt, die wir dann auch bundesweit umsetzen konnten. Dadurch, dass wir mit dem Reifegrad-System auch ein Ranking entwickeln konnten mit Bronze, Silber, Gold und Platin, hat sich auch ein gesunder Wettbewerb bei unseren Standorten eingestellt. Also Ziele für die Zukunft sind natürlich ein paar Schritte mehr und zwar eindeutig Gold. Und da bin ich der Meinung, wir werden es auch schaffen. Wir haben ein Ziel bei uns. Jeder muss gesund nach Hause gehen, jeden Tag. Und wir schaffen daran. Es gibt immer Potenzial, sich zu verbessern und da werden wir ganz klar den Fokus drauf legen. Seitdem wir das Maturity-Score-Audit-System im Jahr 2021 erstmals durchgeführt haben, haben wir keine Arbeitsunfälle mehr in all unseren Standorten gehabt. Und dies wird auch so bleiben. Unser Team hat eine wirklich sensationelle neue Idee ins Unternehmen reingebracht, die den internen Wettbewerb zwischen unseren Depots und Abteilungen fördert und uns auf dem Weg, der beste Arbeitgeber im Bereich Arbeitsschutz zu sein, wirklich nach vorne bringt. Arbeitsschutz auf dem Siegertreppchen mit dem Maturity-Score-Audit von Algeco.